Warbird haben wir. Oh, fast ein paar Aladdin gehabt. Guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu COD Awards Warfare. Ich bin Eben Gimus mit und ich habe den Lobius LP natürlich auch wieder im Sack und Pack. Hallo Leute. Ich glaube, wir kommen jedes Mal behindert da rüber. Natürlich, wir sind doch total behindert. Oh Mann. Ich bin wieder mit meiner Akimbo unterwegs. Ich probiere es wieder mit ihr. Aitancho, Aitancho, Akimbo. Mal mit deinem scheiß Gesinge hier. Ich singe. What the fuck? Ich habe drei Kills gemacht. Super. Haben sie nicht mit dir gerechnet, dass du schon um die Ecke kommst oder wie? Vierter Kill hintereinander. Und ich habe deinen Abschuss verwehrt. Super. Oder deinen Kill verwehrt. Oder wie ist sie gestorben, bis dein war? Deine Marke habe ich eingesammelt. Sag mal so. Finde ich gut. Ey. Was habe ich gemacht, ja? Was? Was habe ich gemacht? Ich habe euch gerettet. Abschuss verwehrt. Oh komm ey, der trifft mich zweimal und ich bin tot. Ich habe drei reingerotzt. Er stirbt. Leute. Verdammt Axt. Hier lang? Du lang? Oh. Oh. Alter hat er mich gerade erschrocken. Jungen. Irgendes. Da war ein Assist. Willst du mich trollen? Ich nicht. Mach 90% des Hits aus, aber nur nicht. Ah. Ah. Zwei Schüsse. Tot. Wer? Du? Ja. Läuf bei mir. Oh. Auch tot, wa? Oh. 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 Tut mir jetzt aber leid. Oh. Komm ey. Scheiß Laser Noob hier. Mit dem scheiß gelben Laserstrahl hier. Gelb ist er wo? Er hat einen gelben Laserstrahl, keinen roten. Eine ist einer von uns. Okay. Okay. So. Okay. Okay. Ja, it is okay. Na komm ey. Na komm ey. Ich hab die Reaktionszeiten nicht mehr für die Akimbo. Ne? Nimm den Shotgun. Nö. Ich war ne Recher. Das ist ein Toder. Das ist ein Toder. Oh. Assis. Aber Abschluss bestätigt. Super. Ich renn dir mal hinterher. Jo mach mal. Was hältst du denn davon? Soweit ich dir überhaupt nachkomme Wo sind denn die Spieler? Keine Ahnung Wären aber zahlreich vorhanden So wäre ja nicht Ich finde gleich einen, der tötet mich Weiß ich jetzt schon Ich bin gerade hinter einen Super Wo ist er hin? Keine Ahnung Oh, er hat gedacht, ich kriege ihn nicht Oh, das Spiel ist weg Mensch Alter, das läuft gerade so richtig geil Mit dieser Shotgun, ey Ich fasse es an Und bei mir ist das Spiel weg Ey, wenn das jetzt bei mir weg wäre, ne Ich würde durchdrehen, ganz ehrlich Ich glaub's dir Äh, ich drehe trotzdem Du auch, wenn es bei mir nicht so gut läuft Oh, spielen, komm schon Oh, total mieser Dreck Warbird haben wir Warbird haben wir Oh, fast ein paar Ladin gehabt Hast du vielleicht Ich nicht Ich nix mehr hier Ja, ich weiß Aber ich hab'n Warbird Warbird Super Ich komm' vielleicht gleich Oh, oh Ich versuche es So Verbind mit Online-Dienst Verbind schneller Alter Alter, kann man doch nicht mal mit dem Warbird rumfliegen, Alter Ist viel zu krass Und, 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 und Komme ich rein? Nein, Sitzung voll Wie? Ich komm' nicht rein Ich komm' nicht rein, die Sitzung ist voll Oh, nee, ne Doch Probier's noch ein bisschen Oh, ich wurde abgeschossen Oh, Mann Das ist mein Warbird kaputt Ich hab' nen Elite-Exo-Anzug gekriegt Oh, ist voll Immer noch, ey Ich komm' hier nicht rein Ah, ich hab' deine Füße weggesprengt Ich komm' hier nicht rein Ist aber ein Platz frei, gerade Ja, aber ich komm' nicht rein Versuchst du gerade, mir beizutreten, oder? Ja, ja, natürlich dir Wem sollte ich sonst beitreten? Weiß ich auch nicht Spielt ja sonst keiner Mann Ich kann das noch tausendmal probieren Sitzung voll Huch Hast du mir ne Einladung geschickt? Soll ich die annehmen? Nee, nee, bitte nicht Okay Nee, mach deine Runde fertig Wenn sie so gut läuft Scheiß drauf Dann hab ich halt ne Folge weniger Ist ja Ist ja wurscht Spiel verlassen, ja Oh, hab ich den mit nem Laser getötet Och Och, du bist aber auch ein kleiner Noobie Nein Nein, er hat grad nachgeladen Und da spawnt einer in der Ecke Ich fass es doch nicht Oh, das ist mies Das ist echt mies Der war grad einfach da in der Ecke Ich fass es einfach nicht Der tötet Mion Irgol Tschüss Einfach mal drauf da, ne Also ich muss sagen Mit der Shotgun, ne Du Du machst alles sauber Du machst den Weg Äh, Poren rein Muss ich sagen Poren rein Mache ich Kannst ja zur Reifeisen gehen Wir machen den Weg frei, oder? Oh, der hat mich jetzt aber erwischt Oh, das tut mir aber Das ist aber nicht Das kommt vor, ne? Oh, nee Oh Oh, nee Probiere jetzt mal reinzukommen Ne, ich bin ja schon raus aus dem Spiel Oh Also Ich kann es ja noch mal probieren So ist ja nicht Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird Und wenn Naja Oh 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 27,11 Was? 27,11 hast du gemacht? Ist die Runde fertig? Ne, noch nicht. Aber gleich noch ein Kill, dann war's das. Ja, das war's. Dann kannst du ja abmoderieren, wir haben ja nochmal miteinander eine Versuchung. Also Leute, schaut bei MGMUS mit vorbei, es war eine kurze Runde, aber sie war gut, muss ich sagen, und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ciao!